Auf geht's in die erste Liga Schalker. Hallo Schalker, hallo Abi. Hallo Dennis. Liebe Kia Sportfreunde, wir begrüßen euch zum zweiten Spieltag in der zweiten Bundesliga. Heute begrüßen wir die Elf von Betze. Die hat natürlich im ersten Spieltag zu Hause gegen Pauli verloren und ich denke mal, die kommen auch so ein bisschen unter Zuchtzwang. Die werden gewinnen wollen. Abi, was sagst du, was du deine Einschätzung hast? Also, Kaiserslautern wird sicherlich nicht einfach. Ich kenne Dirk Schuster, da war ich noch Trainer in Antalya Sport und da war der Dirk ein Spieler von mir und der war eigentlich immer sehr diszipliniert und ich habe auch ab und zu mit ihm mal gesprochen. Er legt also auch unheimlich viel Wert auf Disziplin. Ja und das ist das A und O und ich finde auch Kaiserslautern ist, glaube ich, in Lautern ein bisschen unter Wert geschlagen worden. Gerade gegen St. Pauli. Also, das wird sicherlich eine heiße Kiste werden hier. Dirk Schuster hatte gesagt, er wüsste nicht, ob er mit einer Dreierkette oder Viererkette spielt. Das würde er sich kurzfristig überlegen. Und ja gut, das werden wir dann auch im Spiel sehen. Ja, in Pauli haben wir in einer Dreierkette gespielt, wie ich weiß. Ja, genau. Ja, aber Abwehrkette ist, glaube ich, das nächste Stichwort auch. Ja, und Disziplin, gerade bei uns ein bisschen in der Abwehr, die Zuteilung. Sie sehen, hatte ich ja letztes Spiel die gelb-brote Karte eingefangen. Ich denke mal, dass der, ich hoffe mal, dass der vielleicht den Baumgart erbringt. Der, wie ich den als Persönlichkeit einschätze in diesen Interviews, ich glaube, auch ein sehr aufgeräumter Mann ist. Und ich denke mal, vielleicht die richtige Stabilität auch in die Abwehr bringt. Also, ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Baumgart spielen wird. Warum nicht? Also, ob er jetzt linker Verteidiger spielt oder mehr zentral, ist, soweit wie ich gehört habe, ein schneller Spieler, so Kopfballstark sein. Also, der würde dann da wahrscheinlich gut reinpassen. Ist natürlich immer die Frage, wenn er erst einmal dabei ist, wie passen die alle zusammen? Ja, organisieren sie sich gut hinten. Aber ich glaube, der wird uns weiterhelfen. Ja, also, da gehe ich auch von außen. Also, hier muss auch zu Hause jetzt ein Sie her, da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Lautern hat natürlich auch wieder... Auf jeden Fall, dann ist es. Auf jeden Fall. Lautern hat auch eine eingespielte Elf. Also, die haben, glaube ich, nur ein, zwei Neuzugänge zu verzeichnen gehabt. Und die sind komplett zur Zeit. Ich habe die Pressekonferenz von Dirk gesehen und die haben keine Verletzten und, und, und. Also, die haben auch die Stürmer, die sind wieder alle gesund. Also, der kann da richtig aus dem Fall schöpfen. Ja, und wir sind ja auch noch am Transfermarktaktiv. Wir haben jetzt noch einmal kurzfristig den Jusuf von den Bayern Amateuren vollpflichten können. Kennst du den? Kannst du dazu was sagen? Nein, ich kenne ihn nicht. Aber scheinbar muss Reis ihn kennen. Und, ja, man weiß jetzt nicht. Also, Regionalliga ist natürlich... Unsere Jungs spielen auch alle in der Regionalliga. Ob der dir jetzt sofort weiterhilft, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie stark der ist. Aber das werden wir ja sehen, wenn er ihn mal spielen lässt. Ja, in der Pressekonferenz hat Herr Reis ja auch gesagt, die wollen ihn weiter ausbilden. Also, ich denke mal, ihr dürft eine Verstärkung. Ich denke mal, der ist irgendwie... Ja, dann kann er auch wahrscheinlich auch bei uns, bei der U23 ja auch spielen. Und, ja, aber wenn man einen Spieler von Bayern holt, ich meine, so schlecht kann der dann nicht sein. Ja, da kann man mal von ausgehen. Ja, Abi, hör mal, dann... Ich denke, wir haben vieles unterhalb des Wichtigstes über das Spiel erwähnt. Ich wünsche dir und mir oder uns allen und euch Schalker da draußen natürlich auch. Heute Abend ein Sieg. Drei Punkte müssen her. Aber unser Tipp muss her, Dennis. Ja, den muss ich auch noch abfragen. Ja, ich sage 2-1. Auf sicher, wir gewinnen 2-1. Ja, also, was sagt, da gehe ich sogar mit. 2-1, das ist unser Ding. Obwohl 2-0, mal hinten die 0 muss stehen, das wäre natürlich auch nicht schön. Ja, wäre ein schöner, aber... Aber bleiben wir mal am 2-1, das ist realistisch. Ja, Abi, dann wünsche ich dir, dann wünsche ich uns ein schönes Spiel heute Abend. Jawohl, Dennis. Euch Schalker da draußen natürlich auch. Drei Punkte und wie gesagt, nur der S04, meine Freunde. Nur der S04. Glück auf! Untertitelung des ZDF für funk, 2017